Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Willkommen zur 276. Sendung. Ja und für euch wieder die Übersicht. Der erste Beitrag ist vom 28.04. von der Antifa Neukölln. Im zweiten Beitrag geht es dann zur Walpurgisnacht. Und als drittes folgt. Ja, einige Eindrücke von der traditionellen Gewerkschaftsdemo, wie immer mit Bier, Bratwurst und Gewerkschafterinnen reden. Und als viertes dann die Proteste gegen die NPD-Veranstaltung vom 1. Mai. Danach folgt. Endlich wieder 1. Mai revolutionäre und autonome Demo. Also ganz politisch und mal gucken was passiert. Und zu guter Letzt das Fischakt malen. Zweiter Teil. Und das war die Übersicht.